Yo Leute, was geht der Pets? Willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial und in diesem Video werde ich euch einmal vier verschiedene Wege und Möglichkeiten vorstellen, wie man in Minecraft an die Verzauberung, Reparatur bzw. halt Mending kommen kann. Und diese vier Schritte sind unterschiedlich gut. Zunächst werde ich euch natürlich die nicht so effizienten Wege quasi zeigen und dann am Ende werde ich euch den besten Weg zeigen in meinen Augen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an damit. Und übrigens, ich mache öfter solche Minecraft Videos, also wenn ihr sowas cool findet, könnt ihr mich gerne abonnieren. Die Verzauberung ist kostenlos und ich würde sagen, wie gesagt, wir fangen jetzt mit dem ersten Weg an und das ist der Weg, dass man einfach Glück haben muss. Denn es gibt die Möglichkeit halt Minecraft, also diese verzauberten Bücher mit Mending in Minecraft zu finden, wenn man zum Beispiel Kisten lootet. Und es gibt ja viele Arten und Weisen, wie man in Minecraft Kisten finden kann. Zum Beispiel gibt es ja in Dörfern Kisten oder in Tempeln oder Pyramiden oder Dschungeltempeln oder überall eigentlich. Und da gibt es halt jedes Mal die Chance, dass ihr erstmal ein verzaubertes Buch findet und dass dieses verzauberte Buch auch noch Mending haben kann, ist natürlich auch möglich. Und das Einzige, was ich an dieser Version halt nicht so toll finde, ist, dass man, also das halt sehr unwahrscheinlich ist eigentlich. Weil zuerst muss man natürlich erstmal überhaupt so eine Struktur finden, was natürlich nicht so häufig ist. Dann muss man noch Glück haben, dass man eine Kiste findet. Dann muss man in der Kiste noch Glück haben, dass ein verzaubertes Buch darin ist. Und dann muss man auch noch die Verzauberung Mending da drauf haben. Und ja, das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber trotzdem im Endeffekt noch ziemlich einfach. Denn, ja, also wenn man einfach Glück hat, dann war es halt relativ easy, das zu bekommen, weil man ja sowieso in seiner Minecraft-Welt erkunden geht und Kisten lootet. Und dann kann man sowas natürlich mitnehmen. Aber wie gesagt, das wäre mir so auf Dauer zu uneffizient und man braucht ja auch öfters mal Mending. Und deswegen habe ich noch mehr Wege, die natürlich auch besser sind. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns direkt mal den zweiten Weg an. Und dann, dieser zweite Weg ist das Angeln. Denn auch beim Angeln kann man eben mit ein bisschen Glück Mending-Bücher angeln und auch natürlich Bögen, die Mending schon als Verzauberung haben. Oder auch Angeln, wo Mending schon als Verzauberung ist. Und das Coole ist, dass es jetzt beim Angeln zum Beispiel eine richtig gute AFK-Farm gibt. Die habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt und ich werde euch die mal unten verlinken. Und da kann man halt, wie gesagt, einfach AFK-Angeln. Also bedeutet, man muss nicht am PC hocken und das dann angeln, sondern kann einfach irgendwas anderes tun. Und nebenbei einfach mal eine Stunde angeln. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man natürlich Mending kriegt, schon sehr viel höher. Und man muss halt wirklich eigentlich nichts dafür tun, außer halt einmal kurz diese Farm bauen. Und das sind irgendwie, das dauert vielleicht zwei Minuten oder sowas. Das ist wirklich eine kleine Farm. Und dann kann man ganz einfach sich AFK hinstellen und einfach Mending nebenbei angeln. Und das Gute an dieser Farm ist halt, wie gesagt, dass es zum einen super einfach ist. Man muss halt wirklich nicht mal im Computer hocken, um dann Mending zu kriegen. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man kein Mending-Buch angelt, ist es halt immer noch wert gewesen, diese Zeit zu investieren. Weil man halt trotzdem noch sehr viele andere Sachen bekommt, die halt nützlich sind. Halt zum Beispiel Fische, ganz viel Essen und so weiter. Natürlich Sättel und andere coole Items. Und im Zweifel halt auch noch andere Verzauberungen. Und das ist natürlich auch sehr cool. Und das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel in dieser Welt rumläuft und Strukturen sucht, aber keine findet, dann hat man seine Zeit irgendwie verschwendet. Aber hier, wenn man einfach rumsteht und angelt, dann hat man immer was davon. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt Mending ist. Aber wie gesagt, auch eine sehr gute Variante, um Mending zu bekommen. Zum Beispiel für das Angelvideo da für die Farm, habe ich 35 Minuten geangelt. Und ich habe in der Zeit schon zweimal eine Angel mit Mending geangelt. Und da seht ihr schon, wie hoch die Wahrscheinlichkeit trotzdem ist, halt da was Gutes zu angeln und auch Mending zu bekommen. Die dritte Möglichkeit, um jetzt Mending zu bekommen, ist das Handeln. Denn Villager sind dazu in der Lage, Berufe zu erlernen. Und da gibt es natürlich auch den Beruf des Bücherhändlers oder des Bibliothekar, glaube ich. Und der tauscht tatsächlich verzauberte Bücher, wenn man mit dem tauschen möchte. Und da kann es natürlich auch der Fall sein, dass er eben als verzaubertes Buch Mending anbietet. Und das ist natürlich eine sehr gute Variante, quasi an Mending zu kommen. Und auch relativ nachhaltig, wenn man halt einfach in so ein Dorf läuft und halt mit den Bibliothekarinnen spricht und handelt. Und dann halt mit ein bisschen Glück, wie gesagt, Mending bekommt. Und das ist auch so ein bisschen die letzte Variante, wie man halt Mending bekommt. Nämlich der Vic Nummer 4. Und zwar ist das meine Mending-Farm. Zu der habe ich auch schon mal ein ausführliches Tutorial gemacht, auch wie man die baut. Werde ich euch auch unten verlinken. Und in der Farm macht man sich jetzt eben die Dorfbewohner quasi zunutze. Und hat zum einen einen Villager-Breeder, wo halt die ganze Zeit neue Villager entstehen quasi und geboren werden und gezüchtet werden. Und dann werden die halt gezielt zur Bibliothekarin quasi ausgebildet. Und man kann halt mit denen tauschen. Und wenn man jetzt zum Beispiel genau auf Mending aus ist, dann funktioniert die Farm so, dass man quasi guckt, was die halt anbieten. Und wenn sie kein Mending anbieten, dann würde man sie halt umbringen und halt verschwinden lassen, sage ich mal. Und dann wäre dieser Platz wieder frei für einen neuen Bibliothekar, der halt dann hoffentlich Mending bietet. Und das Coole an der Farm ist halt, dass es relativ wahrscheinlich ist, schnell da Mending zu bekommen. Weil man einfach so viele Villager hat und so viel handeln kann. Und das halt schon, ich glaube, das ist die schnellste Möglichkeit tatsächlich, um an Mending zu kommen. Außer man hat jetzt richtig krasses Glück und spawnt in einem Village, wo man direkt ein Mending-Buch hat oder sowas. Und wie gesagt, das ist in meinen Augen der beste Weg, um Mending zu bekommen. Und eben auch ein sehr nachhaltiger Weg, denn hier habt ihr auch die Möglichkeit, wie gesagt, alle anderen Verzauberungen zu bekommen. Und es ist halt auch eine relativ einfache Farm. Und ich glaube, es ist sogar immer noch einfacher, diese Farm schnell zu bauen. Und es dauert vielleicht eine Stunde oder sowas, wenn man im Survival ist und erst mal noch farmen muss für die Sachen. Und ich meine, eine Stunde, wie viel, da sind halt alle anderen Wege nicht so gut gegen in meinen Augen. Weil man zum Beispiel, wenn man an Kunden geht oder sowas und Mending-Bücher in Kisten sucht, dann braucht man bestimmt mehr als eine Stunde, um Mending zu finden. Weil man halt nicht gerade richtig viel Glück hat. Und dementsprechend würde ich sagen, ist das auf jeden Fall der beste Weg, Mending zu kriegen. Wie gesagt, Tutorial dazu ist auch in der Beschreibung. Und wenn ihr bis hin geschaut habt, könnt ihr gerne Hashtag Mending in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Und auch, welchen Weg ihr am besten findet, weil das ist ja jetzt nur meine Meinung. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Weg oder bessere Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen anderen Wegen. Das würde mich auch mal interessieren. Aber wie gesagt, ich hoffe, es konnte euch soweit ein bisschen weiterhelfen zumindest. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Inspiration bekommen, wie ihr schnell Mending findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Und ciao. Ok. 浅